Jetzt sind es 5 Diamanten. Gold können wir auch noch ordentlich herstellen. Durch das neue da. Ach, die goldenen Transportrobo sind jetzt gleich gepowert. LOL So, dann sollte man es vielleicht auch mal in den Keller heransetzen. Ich will dann auch wieder genau so machen, wie man es kennt. Darauf will ich erst mal oben das... Wie es das anhört, so... Jedoch. Um erst mal das Dach fertig machen. So, 44 Stück, das dürfte nicht reichen. Wenn wir schon relativ weit sind. Frag mich ja, wie ich das hier so gut hinbekommen will. Hm, bin auf mich selber gespannt. Aber irgendwie werden wir das dann schon hinbekommen. So... So... Ich muss hier neue Bäume pflanzen, ich brauche mich das nicht, was von dem Holz So, dann passt das auch, dann kann ich hier, ach ne du bist ja automatisch ausgeschaltet worden, nicht durch mich Wir sind nur low, danke Wird bestimmt sowieso vorher, alle sein, bevor er hier alles abgeholzt hat Muss ich da mal ein bisschen was nachlegen So, jetzt mal so provisorisch so viele, dann gucken wie viel kommen wir hier raus Ich habe ja schon neue Bäume gepflanzt, also wird das hier dann Gucken wir mal so eine raus Gucken wir das jetzt hier so schön hinbekommen wollen Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh set Oh 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 Hat sich diese Frage auch schon erledigt? Und noch ein Baum So Wieso haben wir eigentlich noch? Ah nicht mehr genug So Wo? Die Frage mit dem wie soll ich das machen Hat sich jetzt auch schon geklärt Ah Das von den Dinger auch noch verbrauch Indem ich dann nämlich so So Brauchen wir nur Holz hier oben für die Decke Bieten Ja da hat er wirklich auf der Strecke den Geist offen Ohne die Sammler sich mein so ne Aber 16 stück ist nicht schlecht So jetzt haben wir schon 34 ey oi 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 So wie weit bist du? Mal 13 stück Wird noch ein bisschen mehr Kohle mitbringen müssen So jetzt hab ich so viele Stufen Weiß nicht mehr was ich damit anfangen soll So jetzt hab ich so viele Stufen So So Und dann geht die gute Mucke schon gleich wieder los Und dann geht die gute Mucke schon gleich wieder los Und dann geht die So 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 Was hat da vor? Gucken wir, wie lange vier Stück halten. Hallo? Vielleicht pflanzen? Oh, super. Hat sie jetzt auch vollgebracht. Super, wie der neun Baummehl für gar nichts verschwindet. Der Wesen, wie ein größerer Baum wachsen können. Warte, ich habe so viele Saplings. So, Karkowen können wir immer rein tun. Die können wir gleich mal irgendwie anpflanzen. Dafür müssen wir aber erstmal in die Forest gehen. Das letzte Mal haben wir mal zu Holz. Da können wir nur mal die Finger draus machen. Und einen. Gehen wir uns dann doch ein bisschen alles machen hier. Bei dem anderen schon gut. Aber hier nicht. Hier natürlich. Nichts! Bis zum nächsten Mal.